Ich wollte auch dieses Schwangerschaftsstrahlen. Dass sie einem immer auf den Titelseiten der Zeitschriften versprechen. Ich sag's, wie es ist. Schwanger zu sein ist scheiße. Ein Kind zu bekommen, ist echt hart. Ich hab keine Kontrolle mehr über meinen Körper und meine Gefühle. Bärchen, so leid's mir tut. Aber ich will dir einfach eins auf die Fresse geben. Verwirrend. Für uns ist die Deluxe wieder reserviert. Das ist ihr Vater. Mein Mann, er ist mein Mann. Warum denken das immer alle? Du hast gesagt, Marco ist süß, nicht scharf. Ich fass es nicht. Echt nicht schlecht. Du, als hättest ich, bin süß. Die treibt's mit ihm, ganz klar. Hätte ich geahnt, dass ich solche Möpse bekomme, hätte ich mich schon vor Jahren schwenkern lassen. Wir werden meine Familie. Die Daddy-Gang. Du willst Alex vorbereiten? Dann schick ihn erst mal zu den Daddies. Dein Baby ist dir vom Wickeltisch gefallen? So was kann passieren. Letzte Woche hat mein Kind mit Zigarette gegessen. Ich hab ihn gestern beim Spielen im Trockner erwischt. Ich hab mir das falsche Baby aus der Kita geholt. Ich hab meins schwimmend im Klo gefunden. Wir urteilen nicht. Brust ist ein Muss. Ja, ich bin selber gestillt worden, bis ich sechs war. Und sehen Sie, wie toll ich mich entwickelt habe. Zieh sie mir an, was die für High Heels trägt. Sie ist sowas wie ein magisches Schwangerschaftseinhorn. Holly und ich sehen uns Häuser an, wir kaufen aber keins. Nein, Alter, wenn deine Frau sagt, die guckt mal nach Häusern, dann kaufst du ein Haus. Das kauf ich nicht. Doch und ob? Ich kauf kein Haus. Check deine Kontoauszüge. Alter, du hast sowas von keine Ahnung.